In Lindau am Bodensee hat die diesjährige Nobelpreisträger-Tagung begonnen. Spitzenforscher und Nachwuchswissenschaftler werden sich eine Woche lang über Themen aus Medizin und Physiologie austauschen. Medienpartner ist der neue öffentlich-rechtliche Bildungskanal ARD Alpha. Prominent unterstützt nahm der Kanal das Nobelpreisträger-Treffen als Gelegenheit, um heute an den Start zu gehen. Mit einer Namensänderung ist aus BR Alpha, dem Bildungsprogramm des Bayerischen Rundfunks, ARD Alpha hervorgegangen.